Also Ronny, sag was. Wir sind da. Das ist doch schon mal eine Aussage. Ich hätte jetzt auch kaum mehr haben wir auch sagen können. Ja, also wir haben schon alle möglichen Haarfarben hier vertreten. Das könnte nicht schöner sein. Das Forum, die Vorhalle. Der Weihnachtsmann muss unbedingt festhalten. Wo, wo, wo? Auch den, den man gar nicht sieht gerade. Ganz schön, ganz schön ist der. Jetzt war jetzt bloß ein Chaos gefilmt, aber... Das ist doch egal. Eine Videokamera mitgehabt damals? Nein, er hat eine fette Fotokamera dabei gehabt. Stimmt, das war seine Fotokamera. Ja. Also, das ist das Forum. Ein paar. Von außen, ja relativ seltsam. Solltsam. 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 Das schaut so graus aus. Wir müssen Leverfusen filmen. Nicht direkt. Geil. 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 Wir sind oben. Hier bin ich abgestanden. Um 15 Uhr. Wo kommt das eigene Scherz? Ey. Die will in Berlin schon sein. Ja. Ich sehe schon, das schreit nach dem, oh my god, das Wallscroll. Das schreit dann auch. Krass und Trunks haben wir auch. Das sind aber mehr Menschen. Mhm. Das ist ja eine größere Kon. Mhm. Ich denke, wir können ein bisschen reden. Die ist mit einem Rastaba da drümmen. Wieso? Ist das gefährlich? Das gibts ja auch Anti-Movins. Das bedeutet, es macht einen Rastaba da drümmen. Wieso? Das ist gefährlich. Es gibt da Anti-Movins. Vielen Dank. Ich kann es zum Hof bauen mit einem... Der darf sich rein. Nein, da wird er sich noch 2 Minuten rein. Genau. Oh, das ist wunderbar. Ja, habe ich schon gesehen? Das gefällt doch gut aus. Auf jeden Fall. Hoffentlich seht ihr nie das Video. Nicht so. Das ist mal das Stückchen rausschneiden. Das ist mal das Stückchen rausschneiden. Mal das Stückchen rausschneiden. Ja, das ist keine Sache. Danke. 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 Danke.